Fortnite ist aktuell ein absolutes Trendgame, das momentan von Millionen von Spielern weltweit mit großer Begeisterung gezockt wird. Entsprechend ist bei der Auswahl eines Gaming Notebooks häufig ein Kriterium besonders nachgefragt. Läuft darauf auch Fortnite? Um diese Frage mal ganz schnell für Gaming Notebooks generell zu beantworten. Wenn ihr irgendein Gaming Notebook kauft, mit aktueller Hardware, dann wird Fortnite darauf laufen. Selbst auf den meisten Midrange bis Highend Ultrabooks wird Fortnite ausführbar sein. Wenn ihr zufällig einen 13 Zoll Laptop sucht, mit dem ihr unterwegs auch zocken könnt, dann schaut euch zum Beispiel mal das HP Envy 13 mit Nvidia Grafikkarte an. Unser Review findet ihr jetzt in der Infokarte oben rechts oder für später auch in der Beschreibung. Jetzt aber direkt zum Video. Hier sind die meiner Meinung nach besten Gaming Notebooks für Fortnite. Der unserer Meinung nach beste Gaming Laptop speziell für Fortnite ist der Asus TUF Gaming FX 565. Mit einem Preis von 1499 Euro ist es natürlich kein günstiges Gerät. Und das besonders in Anbetracht der gebotenen Hardware. Der Asus TUF FX 565 bietet einen Intel Core i7-8750H, 6-Kernprozessor, 16 GB Arbeitsspeicher in einem Riegel und eine Nvidia GeForce GTX 1060 Grafikkarte mit 6 GB Grafikspeicher. Ja, ihr habt richtig gehört. Eine GTX 1060 für 1500 Euro. Warum? Man kriegt für den Preis doch sicher auch mehr Hardware raus, oder nicht? Klar, und das weiß ich auch. Wer aber Fortnite auf einem anderen Level spielen will, beispielsweise bei Turnieren oder als professioneller Streamer, der braucht das flüssigste Spielerlebnis, das man nur bekommen kann. Und da könnt ihr von mir aus auch zwei 1080 Ti's im PC haben, aber wenn ihr da vor einem 60 Hertz Monitor sitzt, habt ihr trotzdem einen großen Nachteil gegenüber anderen Spielern. Deswegen hat der Asus TUF Gaming FX 565 ein mattes 144 Hertz IPS Display. Die schnelle Bildwiederholrate lässt das Spiel sichtbar flüssiger aussehen und die Hardware ist für Games wie Fortnite, League of Legends, World of Warcraft oder Rocket League mehr als ausreichend. Alle diese Games laufen sehr flüssig auf hohen bis maximalen Einstellungen. Wer also bereit ist, so viel Geld für ein Gaming-Laptop für Fortnite auszugeben, hat sehr wahrscheinlich höhere Ziele und daher auch entsprechende Ansprüche. Das Ding ist halt wirklich nichts für den mobilen Gebrauch, denn das 144 Hertz Display zieht ordentlich Akku. Wenn ihr das Notebook auch mal zur Schule mitnehmen müsst, dann bleibt einfach dran, denn auch hier haben wir einen sehr guten Notebook-Tipp für euch. Wer es nicht so sehr auf professionelles Gaming als Streamer oder Teilnehmer bei eSports-Turnieren abgesehen hat, für den ist die hohe Bildwiederholrate des Displays nicht zwingend eine Pflicht. Ohne dem teuren Display ist das Acer Nitro 5 eure beste Wahl und er kostet mit guter Ausstattung auch unter 1000 Euro. Im Grunde hat dieser Laptop dieselben Spezifikationen wie der Asus, jedoch nur den halben Arbeitsspeicher, keine RGB-Tastenbeleuchtung, beim Acer Nitro ist sie nur rot und nur mit normalen 60Hz Full-HD IPS-Display. Das schont natürlich auch die Batterie und so schafft der Acer Nitro 5 im Alltag ganz solide 5,5 Stunden. Wir haben alle Geräte in der Beschreibung verlinkt, natürlich auch beim jeweils günstigen Anbieter. Achtet beim Acer Nitro 5 darauf, dass ein einzelner Riegel mit 8GB Arbeitsspeicher verwendet wird und nicht 2x4. So könnt ihr das Upgrade auf 16GB RAM später kostengünstiger durchführen. Wer sein Geld allerdings nicht mit dem Spielen von Fortnite verdient und daneben vielleicht noch andere Verpflichtungen hat, der sollte vielleicht eher nach Geräten suchen, die zum Beispiel Schule und Fortnite gut kombinieren lassen. Aufgrund der traditionell kurzen Akkulaufzeiten bei Gaming-Notebooks ist so ein Gerät gar nicht so leicht zu finden. Wenn ihr Fortnite nur zu Hause spielt, solltet ihr ernsthaft überlegen, ob nicht ein günstigerer Gaming-PC in Kombination mit einem kleinen Convertible oder Laptop für euch interessant wäre. Alternativ dazu kann man auch auf der Xbox One S auch echt gut Fortnite zocken und das auch mit Maus und Tastatur übrigens. Dank Crossplay könnt ihr Minecraft, Fortnite und andere Games auch mit Freunden spielen. Gaming-Laptops sind weder klein und leicht noch wirklich ausdauernd. Vielleicht kommt ihr so günstiger und besser weg. Wenn es aber wirklich ein Gaming-Laptop sein soll, dann führt kein Weg in dieser Kategorie am Dell G5-15 vorbei. Er hat ein schönes Design, gute Spezifikationen und allem voran eine wirklich gute Akkulaufzeit. Hier gibt es nur unter Anführungszeichen einen Intel Core i5 Quad-Core Prozessor der H-Serie, aber dafür immer noch die GTX 1060 von Nvidia. Außerdem gibt es 8GB Arbeitsspeicher, eine 1TB SATA-Festplatte und 256GB an schnellen SSD-Speicher für Games, wo ihr auf lange Ladezeiten verzichten wollt. Die Akkulaufzeit ist beim Dell G5-15 leider etwas kürzer als beim Vorgänger, dem großartigen Dell Inspiron 157000 Gaming, das es aber nicht mehr mit aktueller Hardware gibt. Aber sie beträgt beim neuen Modell dennoch etwa 7 Stunden im normalen Alltagsgebrauch. Für ein Gaming-Notebook mit derart guten Specs ist das ein echt toller Wert. Fortnite hat bekanntlich nicht gerade hohe Anforderungen, weswegen wir auch schon eingangs eine kleine Entwarnung gegeben haben. Wenn ihr ein aktuelles Gaming-Notebook kauft, solltet ihr das problemlos Fortnite ausführen können. Der beste Beweis dafür ist das Acer Nitro 5 in der Einstiegsvariante mit dem AMD Ryzen 5 2500U-Prozessor und AMD Radeon RX 560X Grafikkarte mit 4GB Grafikspeicher. Außerdem gibt es eine 1TB Festplatte für eure Spiele und 8GB Arbeitsspeicher in Form eines einzelnen Riegels. Spielen könnt ihr damit Fortnite genauso wie CSGO oder Rocket League ohne Probleme in Full HD bei hohen Einstellungen. Fallout 76, Overwatch und sogar Far Cry 5 laufen mit soliden 40 Bildern pro Sekunde bei mittleren bis hohen Einstellungen auf dem Acer Nitro 5 mit AMD Hardware. Das beste am Acer Nitro 5 ist allerdings der Preis. Das Gaming-Notebook gibt es bereits für 629 Euro zu kaufen und dafür, dass man aktuelle Top-Games bei mittleren Einstellungen ganz gut spielen kann, in einem Laptop ist das ein wirklich guter Preis. Wie bereits erwähnt gilt das natürlich nur, wenn es auch echt ein Laptop sein muss. Konsolengamern empfehlen wir grundsätzlich die Xbox One S in Kombination mit einem kleinen Laptop oder Convertible für unterwegs. Ein Desktop-PC ist im Zusammenbau übrigens ebenfalls deutlich günstiger und leistungsfähiger als ein Laptop in derselben Preisklasse. Wenn ihr noch nicht genau wisst, was ihr kaufen sollt bei Laptops oder PCs, dann könnt ihr uns, dem Team von WindowsArea.de, jederzeit eure Fragen stellen. Idealerweise meldet ihr euch über den Link in der Beschreibung zu unserem Forum an, wo eine großartige Community auf euch wartet und euch auch gerne bei Problemen hilft. Schreibt einfach rein, wie viel ihr ausgeben wollt, welche Games ihr gerne spielt und welche Programme ihr verwendet und zuletzt, wie ihr den PC nutzen wollt, also in der Schule, Uni oder Arbeit. Wir werden uns dann bemühen, die beste Option für das Geld zu finden, das ihr ausgeben könnt oder wollt. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist, aber wenn doch, dann lasst uns doch ein Like da und wenn ihr noch mehr Videos mit Tipps, Tricks und Tests zu Windows 10 sehen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch schon beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen.